Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht jetzt wieder die ganze Wandkletterei haben hier. Lohnt es sich denn? Es lohnt sich eigentlich auch nicht, den da anzugreifen. Weil dann habe ich überhaupt keine Munition mehr. Das ist halt das. Ich hätte diese ganzen Sprengsätze nicht aufsammeln sollen, die nehmen bloß den Losplatz weg. Viel wirklich haben sie nicht gebracht. Ich sag mal so, vielleicht gibt es am Ende ein Achievement für irgendwas, aber... Aber ich sag jetzt mal... Ja... den ich wie ich meine ja hier habe. Einer mit einem Menschengesicht. Also wenn man das als solches sehen darf. Und einer mit einem Totenkopf. Ist das doch, oder? Finde ich. Könnte ein Totenkopf sein. Egal. Ja, auf jeden Fall, was ich vorher sagen wollte. Die Artefakte, die ich da gefunden habe in diesen Höhlen, sind ja an und für sich nicht schlecht. Aber... Munition wären wir tatsächlich jedes Mal lieber gewesen. Munition, Munition, Munition. Und zwar großkalibrig. Oh. Oh! Was ist das? Was ist das? Das ist ja doof. Bin noch eine Stunde dran. Äh. Oh Gott. Also eigentlich sieht das hier soweit ganz gut aus, außer der eine da. Toll. Hä? Äh. Er hat Sachen im Kopf, ey. Ich probiere einfach ganz lange. Rum? Bis das... Irgendwie wann passt? Keine Ahnung. Hä? Hä? Leg mich doch im Arsch. Ja. Ja. Das kann ja heiter werden. Ich hoffe das... Ne, das passt jetzt immer noch nicht. Da war's das. Da ist nur das hinten. Na, tolle Wurst. Solche Rätsel mag ich eigentlich nicht. Äh. Äh. Jetzt bist du halt wieder. Immer ist... Also... Bis zu... Bis drei komm ich. Oder dass drei... Dass drei so sind, wie sie sein sollen. Pff. Das kann ich jetzt nur sechs Stunden machen, glaube ich. Das kann ich noch sechs fucking Stunden machen hier. Solche Rätsel hasse ich. Ganz ehrlich. Moment. Ich habe eine Idee. Was wäre, wenn in der Höhle die vorne frei zu sprengen ist? Eventuell. Wenn der Kollege vorne in der Höhle eventuell die Lösung bereithält. Wissen wir ja nicht, ne? Ich meine, es kann natürlich sein, dass er es nicht bereithält, aber vielleicht lohnt es sich ja hier ein kleines bisschen was. Zu riskieren. Zu riskieren. Zu riskieren. Auf... So. Das müssen wir jetzt nämlich jetzt nur noch bezwingen. So. Muss ich jetzt nämlich jetzt nur noch bezwingen. So. 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 Das war's für heute. Das ist ancient. Real old. Some kind of ancient tomb? Bravo teams sure have been busy. Looks like they weren't too careful, either. A lot of dead people on account of this Twinfish Jade. So, now we are all... ...möglicherweise... ...also... Aha. 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 Ich glaube. Hör. Klasse. Links, rechts. Ich hätte einfach so lange hier machen können, bis die hier richtig gewesen wären und dann... Nein. Und dann so lange da, bis die hier richtig gewesen wären. Im Prinzip ganz einfach. Okay. Oh je. Warte mal, ich muss da glaube ich Items einsetzen, die ich habe. Kann das sein? Ähm. Die müsste ich ja aus dem Menü irgendwie holen. Beziehungsweise ist das eine vielleicht... Also das eine, was ich da in der Höhle zuletzt gefunden habe, bei dem Kollegen da. Das sah tatsächlich so aus, wie etwas das da rein gehören könnte. Also ich kann da so jedenfalls nichts machen. Ja, müsste ich jetzt mal schauen. Ja, ist natürlich... Ist klar, dass ich das jetzt nicht sehe. Vielleicht so. Sammelstücke. Ja, ist tatsächlich so, ich muss gegen den Kameraden da vorne antreten. Ist das zum Kotzen. Also ich meine... Nee. Hä? Was? Da muss ich doch was einsetzen. Hundertprozentig. Also... Fällt sonst nichts ein? Vielleicht da? Das würde sich doch dann automatisch einsetzen, wenn das hierher gehören würde. Hä? Hä? Erstmal ernsthaft. Kann ja wohl nicht wahr sein. Moment. Naja, das kann ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich mir hier vorstellen. Hä? Ja, da habt ihr doch nicht mehr alle. Was soll ich denn jetzt hier machen? Da muss definitiv was rein in diese... Dinger. Und das da vorne in dem... In der Höhle sah definitiv so aus, wie irgendwas das hier rein gehört. Dieser Gegenstand. Dinger. 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 Ah, da gibt's ja Sachen Oh, das gefällt mir Der scheint jetzt auch nicht wieder zu kommen Okay Dann ist vielleicht da drin was Ah ja, schaut euch das an Das ist das Das Natürlich muss ich das nehmen Ja, was lege ich denn jetzt dafür weg Ich sag mal so Nee Jetzt gucken wir jetzt mal was da in dem Spielchen drin ist Da haben wir ja auch noch Sturmgewehr Munition Jetzt weiß ich nur nicht welches Moment Was legen wir denn dafür weg Ich glaube ich lege Die Pistole für das Sturmgewehr weg Ach Nein, ich lege Ach Gottchen, was lege ich denn für das Sturmgewehr weg Granaten Ja, komm Können wir später vielleicht nochmal tauschen Ja, ich habe wirklich keine Munition dafür Ich glaube Ich glaube Ich bin Veterin Ich bin Potter Leid, komm schon! Leid, komm schon! Ist das leer, oder was? Nein, ist sie nicht! Inventar voll, aktuell... Was? Ihr habt sie nicht alle, oder? Ja, gut, mir egal. Also, Feuer gegen den Kameraden, gut zu wissen. Wenn der mal wieder kommt. Wenn ich dann auch Feuer dabei habe. Aber jetzt gilt es erstmal, diese Dinger da einzufügen. Was macht er? Was passiert? Ah, da hinten geht's auf, ne? Wie ich es vermutet hatte. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Freunde. Okay. Es scheint vielleicht eine Falle zu sein. Ja. Ja, was müssen wir jetzt da machen? Ich renne einfach. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Also. Ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, wie es was bringen könnte. Wenn ich hier vorne auf das Rote vielleicht vielleicht schieße. Ja. Ja. Es ist klar. Ja, das ist gut aus. Na ja, war ja eigentlich im Prinzip dann auch einfacher als... Ja! Okay, ist alles gut. So, ist ein bisschen in die... Ach du Scheiße! Ja! Ja! Witz! 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 Ich habe reingekommen, das weiß ich. Hier bin ich reingekommen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da irgendwie zurück muss. Aber scheinbar doch. Wie das denn? Ich bin so ernsthaft, wie soll ich da durchkommen? Halt, die haben Vorschärung. Unglücker. Das ist doch völlig unmöglich. Ja. Schade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017